Hi, ich bin Glenn, schön, dass du da bist. Endlich sind die Temperaturen wieder wärmer geworden und Pflanzen ziehen aus. Naja, ausziehen sie nicht richtig, sie ziehen eher um, und zwar auf meinen Balkon. Ich zeige dir in diesem Video alle meine Zimmerpflanzen, die ich ab über 0 Grad Celsius nach draußen auf den Balkon stelle. Und das sind noch nicht alle Zimmerpflanzen, aber das wirst du ja gleich sehen. Und vielleicht ist ja auch die ein oder andere Zimmerpflanze von dir mit dabei, von der du noch gar nicht wusstest, dass sie auch nach draußen kann. Vielleicht hast du ja auch einen Balkon, du hast eine Fensterbank, auf die du Pflanzen stellen kannst, du hast einen Garten oder kennst jemanden mit einem Garten oder du willst einfach nur meine Zimmerpflanzen sehen, dann ist das genau dein Video. Ich zeige dir dabei nicht nur alle Zimmerpflanzen, sondern verrate dir auch, wie ich die Pflanzen an die Sonnenstrahlen gewöhne. Und vielleicht gibt es im Winter ja sogar ein kleines Update von den Pflanzen, und dann habe ich den ganzen Fortschritt mit dir dokumentiert. Natürlich blende ich dir wie immer den Namen jeder Pflanze ein, allerdings kenne ich nicht den Namen von jeder Pflanze, denn manche meiner Sukkulenten habe ich wirklich schon richtig, richtig lange. Und ich habe nicht immer Namensschilder gemacht. Manchmal hat mir aber auch eine Person ein Steckling geschenkt, oder die Pflanze hatte vielleicht ein Schild, das Schild ist irgendwann mal rausgefallen, oder wenn die Pflanze ein Schild hatte, habe ich mir ein Steckling gemacht und die Mutterpflanze verschenkt. Und so weiß ich den Namen nicht von jeder Pflanze. Wenn ich dir also keinen Namen einblende, blende ich dir eine Nummer ein, und es wäre richtig cool, wenn du mir hilfst, meine Pflanzen zu identifizieren, denn ich habe mir bis zum Ende des Jahres vorgenommen, dass alle meine Pflanzen ein Namensschild haben, und es wäre super cool, wenn du mir dabei in den Kommentaren hilfst. Also her mit deinem Lieblingsgetränk und los geht's. In diesen sieben Töpfen befinden sich fünf Arten. Das hier ist Pflanze 1. Diese drei Töpfe. Und das ist eine super, super spannende Pflanze. Vielleicht warst du schon mal in Amsterdam, vielleicht schon mal in Görli in Berlin. Dann würdest du den Duft dieser Pflanze auf jeden Fall wiedererkennen, denn diese Pflanze riecht einfach nach Gras. Im Urlaub an leeren Stränden in Südafrika war ich wirklich immer sehr verwundert. Da war kein Mensch. Trotzdem hat es wirklich überall nach Gras gerochen. Und nein, das war nicht ich. Und es hat zwei Jahre gebraucht, bis ich wusste, dass dahinter diese Pflanze steckt. Und wenn man sie einmal gesehen hat, dann sieht man sie überall. Also überall da, wo es nicht friert, denn diese Pflanze verträgt keinen Frost. Die Pflanze muss also im Winter nach drinnen. Und sie ist jetzt vor einigen Wochen bei mir eingezogen. Ich habe die Mutterpflanze auf drei Töpfe aufgeteilt und in feine Lava gesetzt. Und so werde ich sie auch auf den Balkon setzen. Die Pflanze bildet wunderschöne lila Blüten. Ich zeige dir mal, wie toll das aussieht. Ich bin komplett in diese Pflanze verliebt und der Duft soll Mücken abhalten. Und das will ich in diesem Jahr ausprobieren, denn ich habe immer ziemlich viele Mücken auf dem Balkon. Und diese Pflanze wäre doch eine super Lösung dafür. Es ist einfach so krass, wenn man ganz nah an die Pflanze kommt oder die Blätter so leicht reibt, dann riecht die Pflanze einfach ganz genau wie eine andere Pflanze, was ich total faszinierend finde und deswegen wollte ich sie auch unbedingt haben. Direkt neben mir ist meine Strelizia Regine. Die habe ich gekauft, da war sie so winzig und seitdem hat sie schon schön an Höhe zugenommen. Die war jetzt im Winter im Treppenhaus und sieht deswegen nicht super feierlich aus, aber ich verspreche dir, nach dem Sommer ist die wieder richtig fit und sieht wunderschön aus. Die steht sogar in einem Selbstbewässerungstopf und wird mit einem Semihydrokulturdünger gedüngt. Vielleicht kennst du noch diese wunderschöne Sukkulente aus meinem Ulig-Kakteen-Unboxing. Die hat auch schon einen neuen Topf bekommen und wurde von mir schon umgetoppt. Und die kannst du noch nicht kennen, die ist aber auch von Ulig-Kakteen. Und die ist im letzten Sommer richtig viel gewachsen. Das ist hier das neue Wachstum. Und das hier sind Stecklinge, die ich von einer Freundin bekommen habe. Ich habe ja schon eine größere Pflanze mal davon mit ihr umgetopft. Und das hier sind kleine Mini-Stecklinge von einer anderen Pflanze, die sie mir geschenkt hat. Die habe ich dann bewurzelt und jetzt für den Sommer in diesen Topf gesetzt. Das waren die ersten sieben. Jetzt kommt noch mehr. Und neue Pflanzen sind dazu gekommen. Das hier sind zwei Pflanzen der Art Euphorbia lactea white ghost. Einmal diese wunderschöne Schönheit hier. So eine hübsche Pflanze. Ich glaube, ich habe sie dir schon in so vielen Videos gezeigt. Stell ich mal hier hin. Die Lavasteine am Rand befestigen gerade noch die Pflanze. Die wurzelt nicht so schnell. Und bei der hier absoluter Reinfall. Ah, der Trieb hier ist neu. Aber hier kommt einfach ein grüner Trieb raus. Was ist das bitte? Die soll eigentlich weiß sein. Und jetzt ist die Pflanze einfach wieder grün geworden. Und dieser grüne Teil wird stärker wachsen als dieser weiße Teil. Also glaube ich, dass dieser weiße Teil hier verkümmert. Aber das gucke ich mir demnächst mal mit dir an. Diese Pflanze hier habe ich mir mal in einem wunderschönen Blumengeschäft in Toulouse geholt. Da war die noch richtig winzig. Und die kriegt hier immer so Blätter. Die sehen aus wie kleine Mickey-Maus-Öhrchen. Die ist so schön. Und du siehst hier noch die Rückstände des Sonnenstresses vom letzten Jahr. Die Pflanze hat den ganzen Sommer und auch Winter über von mir richtig viel Sonne bekommen. Und dann im Winter halt in Form von einer Pflanzenlampe. Und die sieht einfach traumhaft aus. Die muss nur dringend mal gegossen werden. Das hier ist meine Crassula Hobbit. Das ist ein Steckling von einer meiner Mutterpflanzen. Die Mutterpflanze ist uralt. Richtig, richtig alt. Und die hier habe ich im letzten Jahr in diesen wunderschönen kleinen Topf gesetzt. Und die Pflanze hat sich einfach richtig, richtig gut an den Topf gewöhnt. Oder auch im Topf eingelebt. Und die hier, die kriegt richtig fantastische Blüten. Ich glaube, ich habe keine Fotos, wie so eine Blüte aussieht. Aber wenn ich dir den Namen einblende, kannst du einmal nach der Blüte gucken. Die ist super aufregend, diese Pflanze. Und die ist im letzten Jahr richtig hochgeschossen, richtig groß geworden. Ich bin gespannt, wie sie sich dieses Jahr entwickelt. Und ich brauche noch mehr Pflanzen auf diesem Tisch. Guck mal, wie leer diese String of Hearts aussieht. Das ist jetzt mal ein Versuch, dass ich sie mal im Sommer auf den Balkon setze. Ich habe noch eine oder zwei andere schöne Pflanzen. Und die sieht nicht so schön aus. Also könnte ich es bei der verkraften, wenn ihr die Umstellung auf dem Balkon nicht so mag. Bin mal richtig gespannt, wie die sich entwickelt. Und hier steht dann auch direkt schon eine Pflanze, die ich noch gar nicht so lange habe. Aber die wunderschöne samtige Blätter hat. Hier sind insgesamt, Entschuldigung, drei samtige Züchtungen im Topf. Die hier sind gerade noch so ein bisschen in Funky-Laune und richten sich hoffentlich bald auf. Und vielleicht machen sie das ja sogar auf dem Balkon. Die habe ich sogar in meinem letzten Umtopf-Video zusammen mit dir umgetopft, falls du dich noch erinnern kannst. Wenn nicht, hier oben ist der Link. Und dann gibt es noch diese wunderschöne Weintraubensukulente. Die sieht einfach so super cool aus. Irgendwie so, als könnte man sie anlecken. Das ist eine super schlechte Idee. Aber die sieht richtig lecker aus. Und ich würde sie am liebsten anfassen. Aber die hat so eine Schutzschicht auf dem Blatt. Und jedes Mal, wenn man das anfasst, zerstört man die Schutzschicht. Also so lecker diese Pflanze auch aussieht, bitte nicht anfassen und nicht anlecken. Schlechte Idee. Ja, und auf gar keinen Fall essen. Also bloß nicht. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn hier so ein kleines Blatt abfällt, weil ich aus Versehen dagegen stoße, oder wenn ich auf dem Balkon bin, naja, auch dann aus Versehen dagegen stoße, dann lege ich einfach immer das Blatt hier rauf und dann kommt ein neues kleines Pflänzchen. Eine wirklich wunderschöne Pflanze. Und auch die nächste Pflanze mag ich total. Und zwar die hier. Von der habe ich schon richtig viele, weil die irgendwie sehr viel wächst. Und dann bricht dieser Teil ab und dann möchte ich die Pflanze behalten. Und so habe ich schon ganz viele Stecklinge dieser Pflanze. Und werde wahrscheinlich hier auch bald mal wieder Stecklinge schneiden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Vielleicht finde ich es jetzt noch heraus. Aber ich finde die einfach schön. Die hat so ein schönes Grün und hat dann so leicht rötlich-braune Blattränder. Ich finde sie total aufregend. Man könnte die auch vielleicht langweilig finden. Könnte ich absolut verstehen, wenn man das sagt. Aber das, für mich ist das eine richtig, richtig schöne Pflanze. Bei dieser Pflanze hingegen könnte ich nicht verstehen, wenn auch andere Personen sie nicht spannend finden. Denn die hat wirklich einfach aufregende Blätter. Und irgendwann wird die mal blühen. Vielleicht in 30 Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen, zeige ich dir dann diese Pflanze in ihrer blühenden Erscheinung. Und dann kann ich dir sagen, ja, ich fand sie auch damals schon schön. Eine wunderschöne Pflanze. Und das hier ist übrigens eine Zuchtform von der hier. Das sind beides Casula Ovatas. Und hier, das ist eine kleine, das ist eine etwas größere. Die ist sogar schon ziemlich alt eigentlich. Das ist die aufregende Variante. Das ist die nicht so aufregende Variante. Aber beide sind wunderschön und kommen in diesem Sommer auf den Balkon. Eine Pflanze ist hier noch auf dem Tisch, die ich dir noch gar nicht gezeigt habe. Und zwar diese hier. Das ist eine leicht haarige Scheverie. Die ist super, super samtig weich. Richtig, richtig schön. Die hat keine Blattschutzschicht, die ich kaputt machen kann. Und die fühlt sich einfach großartig an. Und gehört mit zu meinen Lieblingssukulenten. Sieht gerade ein bisschen traurig aus. Aber ich verspreche dir, die sieht nach dem Sommer so viel besser aus. Vielleicht vermehr ich die auch nochmal. Dann habe ich noch mehr davon. Wie viel passt denn noch auf diesen Tisch? Ich finde es mal mit dir heraus. Nichts fasst mehr auf diesen Tisch. Deswegen zeige ich dir einfach diesen wunderschönen Oleander noch in meinen Händen. Der ist variiert und hat leicht gelbe Blattränder. Der zieht auch im Sommer jetzt auf den Balkon. Die kennst du vielleicht aus meiner Regaltour, die Pflanze. Und wenn nicht, hier verlinke ich dir mal direkt die Regaltour. Da war sie noch etwas kleiner. Und ich bin einfach super gespannt, ob diese Pflanze die Umstellung gut mitmacht und wie sie sich dann im Sommer entwickelt. Die ist einfach so schön. Ich freue mich richtig, dass ich die habe. Das Video wäre nicht vollständig, wenn ich dir nicht auch noch meine Tomaten und Chilis zeigen würde. Das sind rote und blaue Balkon-Tomaten. Ich finde die blauen eher weiß und schwarz, aber die werden als blau verkauft. Die hier hat sogar schon eine Blüte. Ich habe dieses Jahr echt früh angefangen vorzuzüchten. Und vielleicht kriege ich jetzt in den nächsten Tagen schon meine erste Tomate. Das wäre wirklich richtig krass. Das ist noch eine etwas größer werdende Tomate. Die hat so leicht bläuliche Blätter. Sieht total spannend auf den Fotos aus und freue mich schon total. Und hier sind kleinere Chilis. Die haben so Lampignon-förmige, rosane Chilis. Das ist ja eine Chili-Pflanze. Und da bin ich auch super gespannt. Ich esse nicht scharf. Weiß nicht, was ich damit mache. Und das ist noch eine etwas größer werdende Chili. Ich habe allerdings auch noch viele weitere Tomaten. Aber da nehme ich dich in den nächsten Wochen mit. Und natürlich sind meine Crassula ovata und auch meine Opuntia schon rausgezogen. Die sind viel zu schwer. Ich möchte sie dir aber nicht vorenthalten. Die befinden sich bereits schon auf dem Balkon. Wenn du meine Unboxings regelmäßig guckst, dann kennst du auch diese ganzen Pflanzen. Außer die hier. Die steht jetzt einfach nur mal so zur Deko hier. Aber die kommt natürlich auch auf den Balkon. Die blüht jedes Jahr, was total aufregend ist. Ich kriege dann immer hier so einen richtig langen Stab. Und da ist eine wunderschöne Blüte dran. Aber auch schon so hat diese Pflanze einfach eine super aufregende Färbung. Und hier gibt es die ganze Zeit kleine Babys. Ich glaube, ich habe noch einen Topf mit dieser Pflanze, weil ich die so schön finde. Eine richtig, richtig wunderschöne, aufregende Pflanze. Aber auch die anderen Pflanzen sind aufregend auf dem Tisch. Wie zum Beispiel hier auch mein schimmeliger Tannzapfen, wie ich ihn gerne nenne. Die erinnert mich einfach an schimmeligen Tannzapfen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber die wächst hier sogar. Ist das nicht niedlich? Dann bittet sich noch mehr schimmeln. Und die ist auch super süß. Und die wird jetzt schon mal an die Sonne gewöhnt. Und dann topfe ich die um. Und bei der hat Annabelle mir bestimmt schon fünfmal auf die Hände gehauen, weil ich wollte sie schon die ganze Zeit umtopfen. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich sie nicht umtopfe. Weil ich hatte schon mal so eine Pflanze und die hat es leider nicht geschafft, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu voreilig war mit dem Umtopfen oder nicht richtig aufgepasst habe. Mit der möchte ich jetzt aufpassen. Und deswegen gewöhnt die sich jetzt erst mal an die Sonne und dann topfe ich sie um. Und die topfe ich auch alle noch um. Das hier ist mein Zauberfinger. Ich weiß auch nicht. Ich finde die Pflanze total süß. Ich weiß noch nicht, ob sie es draußen überhaupt schafft, weil es da ein bisschen windig ist. Die muss wahrscheinlich ein bisschen windstiller stehen. Weil wenn es windet, dann wackelt die die ganze Zeit und das mag die bestimmt gar nicht. Mal schauen. Vielleicht steht sie dann einfach in der Ecke. Die kann richtig groß werden. Mal gucken, ob sie dann auch groß wird. Die war ein bisschen trocken jetzt gerade in den letzten Wochen. Dieser lebende Stein. Damit wird einfach generell nicht so viel passieren in den nächsten Jahren. Das bleibt einfach so klein und steht dann im Sommer immer auf dem Balkon. Bei dem bin ich schon richtig gespannt, wie sich die Farben entwickeln werden. Die ist auch ein bisschen trocken. Aber manchmal lasse ich meine Pflanzen, bevor ich sie nach draußen setze, ein bisschen trockener und gebe ihnen dann nach ein oder zwei Tagen Wasser. Nicht nur Sonne. Sonne kriegen sie ja schon. Sie kriegen dann auf jeden Fall Wasser. Dann bin ich super gespannt. Weil die hat so grün, gelb und rötliche Färbungen. Und das sieht bestimmt dann mit Sonnenlicht und dem Sonnenstress, der damit einhergeht, noch aufregender aus. Und auch diese Pflanze kommt noch nach draußen. Die kennst du eigentlich jetzt alle hier auf dem Tisch schon. Wenn du mein U-Licht-Kakteen-Unboxing gesehen hast. Und hier auf dem Tisch ist noch ein bisschen Platz. Also mache ich ihn direkt mal voller. Diese wunderschöne Pflanze habe ich mir vor vielen Jahren. Die ist richtig alt. Mal bei einem schwedischen Möbelhaus geholt. Und seitdem wurde die immer größer. Und hat immer mehr neue kleine Babys gemacht. Und irgendwie wurde der Topf immer voller. Und im letzten Herbst habe ich sie vereinzelt ein bisschen kleiner gemacht. Und jetzt wächst sie bestimmt in diesem Sommer wieder wunderschön. Was hoffentlich auch wieder wunderschön wachsen wird, ist das hier. Sieht gerade noch ein bisschen schrumpelig aus. Ich glaube, die hat schon lange kein Wasser mehr bekommen. Kriegt das aber jetzt auf jeden Fall in den nächsten zwei Tagen. Auch die hier hat den Winter richtig gut überstanden. Die wird im Sommer voller. Auf jeden Fall. Die sieht dann richtig toll aus. Die hier hast du ja schon gesehen. Und ja, das ist einer der vielen Stecklinge, die ich habe. Die ist auch noch in meiner Vermehrungskiste. Ist mir gerade aufgefallen. Naja, vielleicht ist ja demnächst mal wieder ein Geburtstag. Dann kann ich sie verschenken. Die hier finde ich vom Wuchs total aufregend. Ich möchte immer irgendwie machen, wenn ich die sehe. Ich weiß nicht. Die sieht irgendwie eingesogen aus. Aber irgendwie trotzdem wunderschön. Dann ist die nächste Pflanze mit einer anderen Pflanze hier auf dem Tisch verwandt. Das Aluidendron dichotomum. Ich zeige es dir mal. Und zwar... Ups, Entschuldigung. Achtung. Vorsicht. Die hier ist mit dieser hier verwandt. Das hier ist eine Kreuzung aus der und einer anderen Pflanze. Nur wächst die viel schneller. Bin also super gespannt. Die sieht total schön aus. Die sieht sehr ähnlich und wächst ein bisschen schneller. Also habe ich erst mal was von der und später dann was von der. Ja, und die stand immer da, wo die Tauben bei mir auf dem Balkon sitzen. Und naja, die Pflanze mag die Vogel... nicht so richtig. Die ist auch relativ voll... Ich glaube, ich muss die Hinterlassenschaften der Vögel einfach mal entfernen. Aber ich sehe auch... Also die Pflanze, ich weiß nicht, ob die noch was wird. Aber hier sind ganz viele kleine Babys drin. Die kann ich rausholen. Und die stelle ich dann woanders hin. Ich habe ein paar Tauben, die sich gerne immer auf meinem Balkon aufhalten. Und naja, die wollen halt auch irgendwie ihr Geschäft machen. Bitte halt nur nicht in diese Pflanze eigentlich. Und falls du dich jetzt fragst, okay, wie passen so viele Pflanzen auf dem Balkon? Vielleicht ist der Balkon einfach nur groß. Nein, ich habe einfach nur keinen Platz auf dem Balkon. Ich habe einen winzigen Tisch und einen kleinen Stuhl. Auf dem Tisch ist ausreichend Platz für einen Teller. Der Rest ist voller Pflanzen. Und dann kann ich mich da so hinsetzen und so ein bisschen essen. Und das war der Platz, den ich auf dem Balkon brauche. Den Rest nehmen dann halt die ganzen Pflanzen ein. Du fragst dich jetzt vielleicht, okay, wie kannst du jetzt deine Pflanzen eigentlich überhaupt an Sonnenlicht gewöhnen? Was du nämlich nicht siehst, ist, dass diese ganzen Pflanzen aktuell noch in Kisten stehen. Und zwar in diesen Kisten. Hier kommen die kleinen Pflanzen rein. Und ich habe auch noch Kisten, die ein bisschen stabiler sind. Da kommen größere Pflanzen rein. Und dann trage ich sie immer rein und raus. Und zwar für circa zwei Wochen. An Tag 1 kriegen die Pflanzen ein 10-minütiges Sonnenbad. An Tag 2 20 Minuten. Tag 3 30 Minuten. Und ab Tag 4 werden es täglich 30 Minuten mehr. Meist mache ich das abends nach der Arbeit. Und sobald es dann halt länger als eine Stunde ist, dann mache ich es halt morgens. Manche Pflanzen können auch schon ab Tag 7 komplett draußen sein. Aber ich würde dir empfehlen, circa 14 Tage Eingewöhnungszeit zu geben. Das heißt, für einige Stunden nach draußen stellen und dann wieder reinnehmen. Versuch das in deinen Tag zu integrieren. Für mich klappt es zum Beispiel sehr gut, wenn ich ihnen abends ein bisschen Sonne gebe. Und das Ganze dann auch noch am Morgen. Denn dann geht die Sonne ja wieder auf. Und dann gibt es wieder Licht. Die Pflanzen stelle ich dabei übrigens nicht in die volle Sonne. Sondern erst einmal auf den Boden vom Balkon. Da ist es ein bisschen schattiger. Die Pflanzen sind geschützter. Aber circa ab Tag 7 kann es dann auch sein, dass manche Pflanzen ein bisschen weiter nach oben rutschen, um einfach noch Platz für andere Pflanzen zu machen, weil ich vielleicht begonnen habe, den Balkon zu bepflanzen. Und so kann dann die Pflanze sich ganz allmählich an das Sonnenbad gewöhnen. Pflanzen haben nämlich einen natürlichen Sonnenschutz, den sie in der Wohnung verlieren. Sie können diesen Sonnenschutz aber wieder aufbauen, wenn du ihnen ganz allmählich Sonnenkontakt gibst. Ich würde dir immer empfehlen, die Pflanzen ganz schonend an die Sonne zu gewöhnen. Bei manchen Pflanzen mache ich das nicht. Aber bei gerade kleinen Pflanzen oder auch Pflanzen, die sehr langsam wachsen, würde ich die Pflanze immer schonend an die Sonne gewöhnen. Denn manche Pflanzen haben Sonnenbrand. Und zum Beispiel die Pflanze hier, die wächst richtig, richtig langsam. Und angenommen, hier ist jetzt Sonnenbrand, dann sehe ich das für die nächsten 10 Jahre. Und das willst du bestimmt auch nicht. Bei manchen Pflanzen, wie zum Beispiel dieser hier, würden dann halt ein paar Blecher verbrennen. Bei der wäre das vollkommen okay, denn die wächst im Sommer sowieso enorm nach. Da wäre es gar kein Thema. Aber gerade bei Kakteen würde ich dir immer empfehlen, ganz allmählich die Pflanze an die Sonne zu gewöhnen. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich habe richtig gute Laune. Mir macht dieses Video super viel Spaß. Und es ist richtig schön, die ganzen Pflanzen nochmal ganz genau zu betrachten. Meistens stehen sie ja unter irgendwelchen Lampen oder so, dass sie halt richtig gute Standorte an den Fenstern haben. Und so habe ich die Möglichkeit, mir nochmal alle ganz genau anzugucken und auch festzustellen, zum Beispiel, hier ist die zweite Pflanze. Die habe ich auch schon. Und nochmal alles sich ganz genau anzuschauen. Und wenn dir dieses Video auch so viel Spaß macht, wie wäre es denn mit einem Daumen hoch oder vielleicht sogar einem Abo? Denn jede zweite Person, die meine Videos guckt, folgt mir noch nicht. Und das würde mir extrem viel bedeuten, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und vielen Dank an dich, wenn du meinen Kanal bereits abonniert hast. Das unterstützt mich wirklich sehr. Jetzt zu dieser kleinen süßen Pflanze hier. Die ist hier oben schon so schwer geworden, dass ich sie gerade mit einem Lavastein beschwert habe. Und jetzt muss die einfach noch ein paar mehr Wurzeln bilden. Oder ich topfe sie sogar noch in einen größeren Topf. Die hat auch noch richtig schöne, leicht rötlich erscheinende Blätter. Wenn man die einfach nur in der Wohnung hält, ist die einfach nur richtig grün. Und dann sieht man gar nicht, wie wirklich wunderschön die Pflanze ist. Apropos wirklich wunderschön. Ist die nicht cool? Die hat richtig fantastische Blätter und ein leicht bläuliches Erscheinungsbild mit einem Hauch von Lila. Eine einfach aufregende Farbgebung und sehr ähnlich erscheint wie die nächste Pflanze. Das ist nämlich die hier. Und hier kannst du sogar noch Reste der Blüten erkennen. Hier sind die vertrockneten Blüten und hier kriegt sie noch eine neue Blüte. Das ist so cool. Die sind richtig leuchtend gelb, so Textmarkergelb, fast schon giftgrün. Naja, giftgrün nicht. Einfach nur Textmarkergelb. Und gerade der Kontrast mit dem Blau und dem Gelb sieht einfach fantastisch aus. Die beiden sehen auch zusammen richtig cool aus. Auch diese Pflanze habe ich mal bei einem schwedischen Möbelhändler geholt. Hier sind so ein paar vertrocknete Triebe. Die muss ich einfach mal irgendwann rausziehen. Und ansonsten wächst die wirklich wie ihr wollt. Ja, das kann ich mal nach dem Video einfach rausmachen. Dann sieht die wieder richtig frisch aus. Aber ich wollte sie dir genau so zeigen, wie ich sie auf den Balkon setze. Denn so ist das auch ein realistisches Bild, wie einfach manche Pflanzen nach dem Winter aussehen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich die habe. Aber wirklich lange, glaube ich. Auch diese süße kleine Pflanze habe ich schon wirklich lange. Und guck mal, da wächst endlich was. Die wächst richtig, richtig, richtig langsam. Sobald hier mehrere Klümpchen dran sind, wird die wirklich super teuer. Tja, und das hier hat einfach nur ein paar Jahre gedauert. Das bildet sich jetzt schon so seit den letzten vier Monaten. Die nimmt sich einfach die Zeit, die sie braucht. Und ist eine super entspannte Pflanze. Sieht aber auch wirklich aufregend aus. Die erinnert mich eigentlich auch an so einen Tanzzapfen. Aber nicht so schimmlig wie die andere Pflanze, die ich gerne als schimmligen Tanzzapfen bezeichne. Aber ich meine das nicht abwertend. Ich finde beide Pflanzen wirklich wunderschön. Guck mal, ich weiß gar nicht, was das wirklich ist. Aber das ist irgendein Steckling, der Wurzeln hat. Wurde mal gucken. Oh ja, hat schon Wurzeln. Krass. Die wächst jetzt schon seit einem Jahr nicht. Aber manche Pflanzen brauchen einfach ein bisschen. Das ist zum Beispiel auch ein Steckling, den ich mal geschnitten habe. Einer meiner ersten Stecklinge von einem Säulenkaktus. Die jemals funktioniert haben. Und der hat auch richtig lange gebraucht. Dann habe ich den irgendwann mal umgetopft. Und dann ging es los mit dem Wachstum. Vielleicht muss ich die einfach auch mal umtopfen und der ein bisschen mehr Platz geben. Und vielleicht geht das dann auch mit dem Wachstum voran. Auch bei der hier könnte es mal mit dem Wachstum vorangehen. Die habe ich, ich weiß nicht, vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren als Steckling geschnitten. Und dann so ein halbes Jahr später auf einem Papiertuch gefunden. Ich habe die also abgeschnitten. Und damit die Stelle schön trocknet, also die Schnittstelle, habe ich die auf ein Tuch gelegt und das Tuch vergessen. Ich glaube, ich habe da sogar mal zu einer Story gemacht. Inzwischen hat sie sich erholt und ist auch sage und schreibe 0,5 Zentimeter in den letzten sechs Monaten gewachsen. Die nimmt sich auch ihre Zeit. Falls du dich übrigens fragst, wie viel Zeit diese Pflanze gebraucht hat, um diese Höhe zu erreichen. Das hier ist auch diese Pflanze. Das ist ein Babysteckling von der Pflanze, die ich dir vorhin schon gezeigt habe. Und die ist circa zwei Jahre alt. Die ist also vielleicht fünf oder sechs der Größe nach. Ich bin mir nicht genau sicher. Und spätestens als ich diese Pflanze wiedergefunden habe, war ich in Höchststimmung. Ich wusste nämlich gar nicht, dass ich von meiner lieblingsweichen Sukkulente hier schon Steckling gemacht habe. Von dieser wunderschönen Echeverie. Ich habe also zwei Pflanzen. Das macht mich gerade richtig glücklich, dass ich weiß, ich habe auf jeden Fall eine zweite. Mir ist es nämlich gerade wichtig, dass ich mindestens immer zwei Pflanzen habe, wenn mir eine Pflanze sehr wichtig ist. Und das habe ich. Jetzt kann ich hier noch mehr Stecklinge von machen, weil der Topf ist hier ein bisschen leer. Da ist auf jeden Fall Platz für die eine oder andere weitere Pflanze. Apropos weitere Pflanze. Der Tisch hier ist ziemlich voll. Ich hole meine neue Pflanzen. Wenn ich die Pflanzen so aus ihren Regalen hole, wirkt es fast schon so, als hätte ich wieder Platz für neue Pflanzen. Das geht mir eigentlich in jedem Sommer so. Wenn die Pflanzen dann draußen auf dem Balkon sind, denke ich mir, ah ja, da ist auf jeden Fall noch Platz für eine weitere Pflanze. Und jeden Winter, denke ich mir, wo sollen die alle hin? Kennst du das? Geht es dir ähnlich? Naja, so sind es dann halt auch so viele Sukkulenten geworden, falls du dich das schon mal gefragt hast. Und oh, das, oh wie schön. Der ist letztes Jahr verbrannt. Das ist dieser Teil. Das ist das Wachstum, was dann darauf folgte. Aber guck mal, wie süß. Hier kommt ein Neuaustrieb raus. Der ist so klein und winzig. Richtig, richtig niedlich. Die gibt es relativ häufig eigentlich in jedem Baumarkt, Blumencenter, Blumengeschäft, Gartencenter. So möchte ich das sagen. Da gibt es die, da sind die immer super winzig und die können echt groß werden. Also gib der Pflanze einfach ein bisschen Zeit. Die hier ist zum Beispiel für Jahre alt. Und achte darauf, die Pflanze an die Sonne zu gewöhnen. Denn sonst passiert das hier und es geht nicht mehr weg. Aber ja, vielleicht vermehre ich die Pflanze mal. Dann fällt das nämlich gar nicht mehr auf, wenn das unter der Erde ist. Die hier ist auch super süß. Die hat, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde es einfach süß. Diese kleinen süßen Blättchen. Die sind irgendwie so aufgepustet. Wie so eine Luftschlange. Und daran erinnern die mich. Und kriegt nicht genug von der. Finde die richtig süß. Das Coole ist, manchmal fällt mir hier ein Blatt ab. Dann lasse ich das einfach drin und dann kommt da eine neue Pflanze raus. Total praktisch. Das ist auch bei vielen Sukkulenten so. Ich zeige dir das demnächst wahrscheinlich mal in einem Video. Da vermehre ich ganz viele Pflanzen mit dir. Das hier ist eine Pflanze, die habe ich mal von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Ah ja, ich weiß wie der wirst. Ja, ja. Diese Pflanze sieht so aus, als würde sie die ganze Zeit, warte, so machen. Vielleicht. Die ist irgendwie, ich weiß nicht, was es mit der ist. Aber ich finde die total cool. Ich möchte einfach immer, hm, machen, wenn ich die sehe. Manche Pflanzen lösen in mir eine Bewegung oder eine Aktion aus. Und die, das ist diese Pflanze dafür, die hast du schon mal gesehen. Und falls du dich fragst, wie oft ich umtopfe, manche gar nicht. Die ist vielleicht schon zehn Jahre in dem Topf. Könnte gut möglich sein. Die nicht. Die habe ich erst vor kurzem, vor zwei Jahren umgetopft. Die sieht total aufregend aus. Hat jetzt ein paar Blätter verloren. Muss ich mal wieder neu vermehren oder einfach hier abschneiden. Die hier ist total spannend, weil die hat sich so richtig, richtig schön fast schon wie verzweigt. Mir ist da irgendwann mal was abgebrochen. Und diese Pflanze ist einfach so eine wunderschöne Pflanze. Die hat so eine schöne Färbung. Ich liebe es auch, wie sie hier einfach in der Mitte diesen Hauch von Weiß hat und diesen bläulichen Farbverlauf hat. So ähnlich hat die das in Grün, wenn die ein bisschen besser wächst. Ich zeig dir die dann mal irgendwann, wenn die schöner aussieht. Jetzt halt ist sie nicht so super vorzeigbar. Aber sie ist wirklich wunderschön. Und hier sammle ich eigentlich alle Blätter drin, die so abfallen. Hier siehst du jetzt, hier sind mir zum Beispiel gerade, als ich sie aus den Kisten rausgeholt habe, vier Blätter abgefallen. Lege ich die da rauf. Vielleicht passiert was damit, vielleicht auch nicht. Und so sind eigentlich alle Pflanzen, die hier in dieser Schale sind, entstanden. Ich gucke gerade. Ja. Ach, hier, guck mal. Hier ist auch eine. Hier ist so eine Luftschlangenpflanze. Das ist die hier. Und manchmal wird daraus eine neue Pflanze. Und so füllen sich bei mir manchmal Töpfe. Oh ja. Die ist auch schon lange nicht mehr umgetopft worden. Die sieht auch total fantastisch aus. Die kommt definitiv zu meinen Umtopfprojekten. Vielleicht topfe ich die noch um, bevor dieses Video geschnitten wird. Also, die braucht dringend einen neuen Topf. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich stelle ja nicht so oft die Pflanzen, die ich habe, direkt nebeneinander. Ich glaube, das ist die gleiche Pflanze. Also die gleiche Art. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich die gleiche Art. Es muss Jahre her sein, dass ich die beide getrennt voneinander gekauft habe. Aber es ist richtig schön zu wissen, dass ich mich zweimal in eine Pflanze verliebt habe. Das ist eine wirklich schöne Sache. In die habe ich mich auch total oft verliebt. Die lebt draußen in meinem Rosmarin auch noch mal und die wächst auch hier. Von der kriege ich einfach nicht genug. Da fallen die Blätter immer ab, die lässt sich super leicht vermehren. Deswegen habe ich so viele von der und ich weiß auch nicht warum, aber die ist auf jeden Fall auf meinem Balkon winterhart, obwohl da auch Minustemperaturen sind. Manchmal ist die vom Schnee bedeckt. Die überlebt das einfach. Da ist mein Blatt in meinen Rosmarin reingefallen und seitdem wächst die auch in meinem Rosmarin. Auf dem Tisch ist noch Platz. Ich mache den mal voller. Ich habe dir ja gesagt, dass ich, wo ist sie, die eine und die Pflanze hier über alles liebe. Und hier ist zum Beispiel ein Blatt, hier war mal Lauch drin. Und dann ist da ein Blatt reingefallen und dann ist der Lauch gestorben und die Sukkulente hat überlebt. Ist das nicht cool? Die möchte einfach bei mir sein und genau deswegen möchte ich sie auch bei mir haben. Die habe ich mal geschenkt bekommen in Blumenerde. Und im letzten Jahr, kurz bevor ich dachte, die Pflanze schafft es auf keinen Fall, habe ich sie in meinen Sukkulentenmix gesetzt. Und auf einmal ist dieses kleine grüne Etwas hier erschienen. Das wird also wieder. Dieses Jahr ist das Jahr dieser Pflanze. Die sieht genauso aus wie eine Pflanze, die ich dir vorhin gezeigt habe, die noch winzig war. Könnte sein, dass ich mich hier auch zweimal in die gleiche Pflanze verliebt habe. Finde ich wirklich ein wunderschönes Liebesbekenntnis. Ich scheine sie auch sehr zu mögen. Und auch diese Pflanze finde ich einfach nur traumhaft. Die ist aber auch ein bisschen gemein. Also ich muss immer sehr lieb mit ihr sprechen, damit ich mich nicht an ihr pieke. Und wenn ich ganz lieb zur Pflanze bin, dann hoffe ich, dass das gutes Karma ist und ich nicht an ihr hängen bleibe und keine Dornen in meiner Haut habe. Ist sie nicht hübsch? Guck mal, die hat irgendwie auch einen seltsamen Wuchs. Genauso hübsch wie die nächsten Pflanzen, die hier gleich noch hinkommen. Jetzt, wo ich diese Pflanze so halte, scheint sie mich auch an eine Pflanze zu erinnern, die ich dir vorhin schon gezeigt habe. Aber sie sieht irgendwie dicker vom Stamm aus, hat aber sehr ähnlich erscheinende Blätter. Könnte die gleiche sein, könnte eine andere sein. Ich weiß nicht, ob ich es rausfinde. Aber, naja, beide finde ich hübsch. Die braucht auch mal wieder Wasser. Die habe ich in ganz, ganz winzig meinem Blumenladen in Schweden geholt. Richtig, richtig niedlich. Die ist auch so ein bisschen weicher. Und die kann man auch eigentlich in jede andere Pflanze mit dazusetzen. Dann bedeckt die den Boden so ein bisschen, gerade bei größeren Sukkulenten oder auch Kakteen. Ich will manchmal so kleine Bodenbedecker noch mit dazusetzen. Das sieht richtig schön aus. Genau dafür ist die gedacht, aber dafür musste ich warten, bis die noch ein bisschen wächst. Diese Crassula ist auch total cool. Die ist so schwer, dass die umgefallen ist. Und ich glaube, ich muss sie einfach mal aus dem Topf rausheben und so ein bisschen aufrichten, fixieren. Und dann sieht die nach dem Sommer wieder großartig aus. Hier kannst du auch nochmal die Blattfärbung durch das Sonnenlicht sehen. Eine einfach traumhafte Pflanze. Die braucht auch gar nicht viel Wasser. Sehr pflegeleicht. Und hier ist meine Tentakelpflanze. Sieht die nicht einfach aus wie irgendein Tentakel, der aus einem Oktopus rauskommt? Oder mehreren Tentakel? Die ist total spannend. Die hier sind noch von der Zeit, als ich sie bekommen habe. Da wusste ich noch nicht genau, was ich mit ihr machen musste. Und mit der Zeit habe ich es jetzt geschafft, dass sie hier endlich wieder weiter wächst. Die wächst nicht super schnell, wächst aber wunderschön. Genau wie die nächsten Pflanzen. Die letzten drei Pflanzen, die ich in der Wohnung überwintert habe und die jetzt auf den Balkon ziehen, also morgen, sind einmal diese Pflanze. Die wächst auch noch hier, bedeckt von der Efeutute. Ich zeige sie dir mal. Guck mal, wie schön und unkompliziert die da einfach wächst. Eine richtig, richtig schöne Pflanze. Und als irgendwann mal eins der Blätter abgefallen ist, habe ich das Blatt in diesen Topf hier reingesetzt. Und daraus ist dieses kleine, süße Pflänzchen hier gewachsen. Die hier habe ich dir jetzt auch schon mehrfach gezeigt. Das ist wieder die hier. Die ist ein bisschen trocken. Die braucht mal Wasser. Aber eine Pflanze, die ich total aufregend finde, die ich dir auf jeden Fall zeigen möchte, die könnte ich auch schon inzwischen vermehren. Ich finde, die sieht einfach so aufregend aus. Guck mal, wie cool die ist. Ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, wo ich die habe. Die ist schon echt ziemlich alt. Und hier, ich weiß nicht, ob du das knistern hörst, wenn die hier an den Rand vom Topf kommt. Die ist schon so schwer geworden, die fällt irgendwann demnächst ab. Aber das Coole ist, die kriegt inzwischen hier richtig viele Triebe und wächst hier wieder sehr massiv, sodass ich vielleicht diesen Teil in diesem Jahr abtrenne. Ich weiß es noch nicht genau und dann ein bisschen mittiger im Topf platziere. Aber vielleicht lasse ich sie auch einfach so. Denn die sieht schon echt richtig, richtig cool aus. Das waren alle meine Pflanzen, die genau morgen auf den Balkon ziehen. Und ich freue mich schon, dass wir gemeinsam die Entwicklung der Pflanzen dokumentieren. Über ein Abo und auch einen Daumen hoch freue ich mich enorm. Und das unterstützt mich wirklich sehr. Hast du Lust, mit mir gemeinsam umzutopfen? Denn dann sieh doch einfach mal direkt das nächste Video an und dann können wir noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, kakao.